So, einen schönen guten Tag. Hier ist Nessie. Und ich fahre jetzt wieder weiter. Okay, ich mach erst den nicht mehr schinnern. So, ich bin irgendwo in Holland. Moment. Ja, in Holland bin ich noch mal. Na, sieht besser aus. Gut, dann fahren wir rückwärts. Ist rückwärts, jetzt rückwärts. So. Gut, jetzt gehst weiter. Der Neurostock. Nee, Entschuldigung. Gestern Mittwoch sei er nicht geschafft aufzunehmen. Tut mir echt schrecklich leid. Aber ich hab das gestern Mittwoch nicht geschafft. Und dann hab ich gesagt, ach nee. Dann lass ich Mittwoch ausfallen. Und. Und. Dann lass ich mal eben weiter. Heute. Am Freitag. Heute ist Donnerstag. Hau ich den nächsten Mal jetzt mal auf. Jo. Und. Ja. Mal gucken, wie weit heute kommt. Ich weiß es noch nicht. Jo. Und dann. Wappala. Jo. Dann mal schauen. Jo. Oh, ich muss wieder abbremsen. Jo. Ich guck jetzt mit zu. Weiter. Jo. Ich finde ja Holland ist ja eine schöne. Äh Land. Ich war ja schon mal in Amsterdam. Aber das ist schon Jahre lang her. Jo. Weiß ich ja nicht, wann das letzte Mal war. Jo. 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 Ne, ist schon lange her. Jo. Das wird bestimmt schon zehn Jahre her. Wo ich so sein. Jo. Wo ich so sein. dass ich das letzte Mal am Zertarm gewesen bin. Entschuldigung. Das war ein Räubsaal. Kann ja mal passieren. Jo. Und jetzt stehe ich hier auf der Straße wieder mal. Und komme nicht voran. Und der ECW da hinten kommt auch nicht voran. Jo. Ich kann mich ja vorwärts fahren. Du wolle, Jun. Du wirst immer weiter. Jo, jetzt geht's weiter. Und hoffentlich kommt nicht der LKW, der wieder mit den Streif spielen hat. Und der kommt. Das weiß ich. Habt ihr die mühle gesehen? Ey, die sind toll aus. Oh, Land ist ein schönes Land. Ja, ja. Ja. Hat ja eben erzählt. Ich wollte schon hier nochmal erzählen. Na, super. Entschuldigung. Nee. Was kann ich jetzt noch erzählen? No. Heute von den Tag. Die letzten Tage. Heute wieder etwas anstrengen. Ja, aber sonst. Was ist alles okay? Okay. Ja, aber Jens hat eine Kasse zu sitzen. Immer frühmorgens. Ja. Ich arbeite nur frühmorgens. Ist mein schönster hoch. Ja. Okay. Okay. Muss ich weiter geradeaus? Ja. Ich muss weiter geradeaus. Okay. Ich wollte eben nur gucken, wie ich weiter fahren muss. Gut. Ich habe gedacht, ich kann auf der Autobahn fahren. Neu. Warum. Wieso. So. Bleib mal schön auf der Landstraße. Ah. Super. Äh. Und dann hat er die, die, äh. Ja, die orangenen Dinge. Sind Radfahrtfähiger, wie ich weiß. Oder? Ich weiß das eigentlich gar nicht. Weiß das jemand? Dann kann er gerne mal in einen Kommentar mal schreiben. Ja. Das wäre echt schön. Ich weiß es jetzt nicht. Oh. Uiuiui. Was? Das war Holland? Mein Gott. Ich bin in Deutschland. Ui. Das ist ja schnell der Jan. Willkommen in Germany. Ah. Ach. Da ist der blöde LKW. Oh. Oh. Der brennt mich jetzt aus. Das weiß ich. Ach. Und da hat's wie ein Stück davon. Ach. Du Grüne. Nein. Oh mein Gott. Oh je. Oh je. Oh je. Ich darf irgendwann auf der Autobahn. Ja ja. Na supi. Entschuldigung. Jetzt ein bisschen ruhig schieben. Und dann. Mir fällt im Moment nix ein und quatschen sagen. Ich arbeite in unserem Gebrauchtladen. Ich kann ja den Namen mal sagen. Und Verkaufhaus. Da arbeite ich. Da gibt's gebrauchte Möbel. In der Pokémonstraße. Äh. Hausnummer. Ja. Super. Wir sind ja auch im Internet zur Seite. Oder in der BSR-Seiten. Statt wegwerfen. Spenden. Da sind wir drinnen. Da gibt man uns auch aus. Oder im Internet. Gibt man ein paar Google-Fährkaufhaus an. Berlin. Es gibt hier mehrere. Äh. Aber wir sind ja leider. In Berlin nur eine. Entspannter. Und. Macht toll Spaß. Ich mach ja immer nur Frühmorgens. Meine Schicht. Ja. Hier. Jo. Das macht. Toll Spaß. Will man nicht sagen. Das ist richtig lustig bei uns. Manche Tage. Da gibt's manchmal Tage. Da gibt's manchmal. Nix zu tun. Das ist manchmal ein bisschen langweilig. Aber. Ist okay. Muss eigentlich nicht jeden Tag mit zu tun sein. So. Ich muss hier wohl ein bisschen aufpassen. Gucken Sie da gern schön. Tschöne. Mal gucken. Aha. Uah! Juhu. 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 Ähh. Juhu. 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 Hätte ja beinahe wieder geklappt. Na und tschüss. Ach, ganz sei Dank. Da sieht man nix. Warum fährst du nicht? Achso, toll. Da kommt da was. Null. Fährt weiter. Wenn da nix kommt, nix da ist, wird. Okay. Jutti. Es geht weiter. Jo. Ne, wir haben auch coole Sachen. Ist halt schön. Es gibt alles getauchte Sachen, aber eben auch Sachen sind auch sehr neuwertig. Ihr könnt ja mal gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Wer in Berlin wohnt. Oh, ich seh jetzt schon, es wird nur dreifach. Diesmal. Aber auch ein bisschen zu lang. Dank. Jo. Okay. Okay. Und jetzt geht's auf der Autobahn rein, ich hoffe mal, ja, denke ich. Aber wie gesehen, muss ich weiter gerade ausfahren. Ja. Ja, mein Mavi. Ah, das hat mir gedacht. Aha. Jut. Da hofft alle beiden. Wunderbar. Jut. Sehe ja gesehen, ich muss ja schon fast machen schon wieder. Ja, ja. Ja, mein Fahren wird auch immer besser jetzt hier. Leider. Hier ist der Parkplatz. Wunderbar. Aber ich tanke erst auch mal. So, E drücken, Mocke aus, ja, und einmal Fall tanken, bitte. Mocke aus, und weiter geht's, ich mache jetzt Rast. Ich muss ja Rast machen, da will er ja so. Okay, Leute, heute ist mal eine kurze Fahrt gewesen. Aber wie ich sehen tu, bin ich bald auch da. Bei der nächsten Fahrt bin ich denn da, an Rostock. Okay, Leute, ich mache dann erstmal Schluss für heute. Und ihr könnt ja gerne mal ein Abo da lassen, oder mir mal was schreiben. Okay, ich sage jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich komme für Taktosimulator 2 am Montag wieder, ja. Okay, tschau tschau.